Frage, sind Sie ein Firebeast? Grundsätzlich ja, also ich könnte jetzt meine Lebensgeschichte ausbacken, von meiner Ernährungsumstellung erzählen, dass ich in letzter Zeit wenig Alkohol getrunken habe, aber heute muss ich da mal, schlage ich zu, glaube ich. Sie haben etwas nachzuholen, glaube ich. Dankeschön und genießen Sie den Abend. Dankeschön, sehr gerne. Ja!